Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Scherbenwelt ist doof, anzunehmen bei Großknecht Ratzsegras, auf der Höllenfeuerhalbinsel, an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich gerade bin. Vorquests dürfte gewesen sein, so weich wie Butter und wilde Leerwandler, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Die ganzen Quests hier, die Vorquests, spielen sich in diesem Gebiet ab und sobald ihr die zwei erwähnten abgeschlossen habt, wird diese Quest hier oben freigeschaltet. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch, ich sag mal während BC Classic funktionieren. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich lege mal los und mal schauen, wo es diese Schwäder Ersatzteile gibt. Anscheinend gibt es sie irgendwo hier in der Schlucht. Und hier erkennt man sie schon, zumindest ich erkenne sie, diese Kisten hier. Und wie es aussieht, benötigt man sechs Kisten, um sechs Quest Items zu bekommen. Und ja, Mobs sind auch hier. Oh, Wunder. Oh, die haben eine ziemlich hohe Akku-Reichweite. Ich kann leider noch nicht fliegen, deshalb muss ich mich hier irgendwie durchschlingeln. Und wie man sieht, bei mir, also während des Patches 9.0.5, sind nicht allzu viele Leute am Questen. Okay, ich habe alle Quest Items für mich. Das ist äußerst positiv. So, das vorletzte Quest Item. Quest Item gedroppt, aber das interessiert mich nicht. Na gut, ich hätte es nicht anschauen sollen. Und jetzt nehme ich mal dieses Quest Item hier. Wird wieder bestimmt ein Mob. Ja, er denn. Auf jeden Fall ist jetzt diese Quest bereit zur Abgabe. Ihr habt ja das Questgebiet gesehen vorhin. Und jetzt geht es ans Abgeben. Ich laufe gleich mal auf die andere Seite. Und dann sollte ich auch bald schon da sein. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der Seite poste ich das Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Und sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und da bin ich auch schon angekommen. Quest ist abzugeben bei Großknecht ReserQuest. Auf der Höhenfeuerhalbinsel an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Fürs Abonnieren blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Extra-Knopf ein. Es wäre auch toll, wenn ihr mich auf Twitch besucht. Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Dann können wir uns live bequatschen. Eizoke Ende.